Kein doppeltes Energiegeld für Pensionäre mit zusätzlichen gesetzlichen Rentenanspruch. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich erhalte aktuell immer noch sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner und auch für Versorgungsbeziehende. Unter dem Stichwort oder unter dem Begriff Versorgungsbeziehende meint das Rent-EPBG Beamte des Bundes, die eine Pension beziehen. Und hier habe ich eine Anfrage auf Rentenbescheid24.de bekommen zum Thema Energiepreispauschale für Pensionäre mit gesetzlichen Rentenanspruch. Ich bin Pensionär und erhalte eine Pension vom Bund. Gleichzeitig beziehe ich eine kleine Altersrente von der gesetzlichen Rentenversicherung. Erhalte ich auch die 300 Euro Energiegeld zweimal ausgezahlt, also als Pensionär und zusätzlich als gesetzlicher Rentner. Nein, eine doppelte Auszahlung für Pensionäre aus einem verbeamteten Dienstverhältnis, die gleichzeitig eine gesetzliche Rente noch zusätzlich haben, gibt es laut dem Gesetz für Renten- und Versorgungsbeziehende mit Änderung des Übergangsbereichs, kurz Rent-EPBG, nicht. Es gibt tatsächlich die Konstellation, dass Beamte auch gesetzliche Rentenansprüche haben können. Vor allen Dingen immer dann, wenn sie vor ihrer Verbeamtung schon ganz normal in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, dann können hieraus tatsächlich gesetzliche Rentenansprüche entstehen, die dann auch im Pensionsalter parallel zur Pension ausgezahlt werden können. Ähnlich wie bei den Mehrfachrentenbeziehern, also zum Beispiel Altersrente und Witwenrente oder Altersrentner und Witwerrentner, gibt es in der Kombination versorgungsbeziehender Pensionär gleichzeitig als gesetzlicher Rentenbezieher nur einmal die 300 Euro Energiepreispauschale. Diese wird also nicht doppelt ausgezahlt. Entweder bekommt unser Pensionär die Energiepreispauschale von seinem Dienstherrn aus dem früheren Beamtenverhältnis gezahlt, also jetzt als Pensionär, oder aber von der gesetzlichen Rentenversicherung. Also zweimal gibt es das nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.